Herzlich willkommen, mein Name ist Friedrich Wilhelm Uelsteiger. Ich bin bei der Firma Minox beschäftigt und hier hauptverantwortlich für die Vertriebswege Photonautic. Seit drei Jahren runden wir unser Fernglassortiment, unser Fernoptik-Sortiment, nun auch im Marinenbereich ab und haben vor drei Jahren an gleicher Stelle ein Glas mit einem sogenannten Alleinstellungsmerkmal vorgestellt, nämlich das erste nautische Fernglas mit einem eingebauten digitalen Kompass in seiner Grundversion und als Spitzenmodell ausgestattet, zusätzlich also auch noch mit einem Barometer, einem Höhenmesser, einem Timer und der Möglichkeit, die Uhrzeit ablesen zu können. Diese Werte können, wie gesagt, digital eingesehen werden. Dadurch haben sie ein Betrachtungsfeld von 360 Grad und können diese Werte dann nach Belieben vier- bis sechsmal, also auch speichern und abends dann auch in ihr Logbuch eintragen. Abgerundet wird das nautische Sortiment mit einer Weltneuheit, das neue 7x42c Monokolar. Hat das Vorgängermodell noch eine achtfache Vergrößerung, haben wir jetzt das neue Monokolar vom Vergrößerungsfaktor her angepasst an die konventionellen nautischen Ferngläser mit einer siebenfachen Vergrößerung. Im Vergleich zu unseren Ferngläsern, die ausgestattet sind mit einem Digitalkompass, brauchen sie dieses Glas nicht extra zu kalibrieren, weil es einen analogen Kompass hat und ist damit unmittelbar einsatzbereit. Besonders stolz sind wir natürlich auf dieses Monokolar, weil wir es hier tatsächlich nicht nur im nautischen Vertrieb oder im nautischen Handel platzieren und verkaufen können, sondern dadurch, dass es eben tatsächlich nur 370 Gramm schwer ist. Sie ist mit einer Hand übrigens von der Bedienung, links wie rechts, ohne Unterschied. Eignet es sich im Besonderen natürlich für alle Outdoorfreaks, für alle Reisenden, für alle Entdecker. Bei Verwendung mit einer Brille lassen Sie die Augenmüschel einfach in seiner Grundposition. Bei Verwendung ohne einer Sonnenbrille bionieren Sie im Grunde genommen die Augenmuschel nur heraus. Schauen durch das Glas, auch hier ein Kennzeichen dieses Glases, dass ich das sehr einfach mit einer Hand, also auch sehr ruhig führen kann, ist damit dann der ideale Wegbegleiter und gehört eigentlich in jeden Rucksack oder an jedes Boot. Also abschließend möchte ich gerne noch erwähnen, dass dieses Glas oder zu diesem Glas ausgeliefert wird, noch ein sogenanntes Hardcover Case. Sie können dieses Hardcover Case ganz bequem an Ihrem Gurt anhängen und dadurch, dass jetzt hier nochmal ein kleiner Stoffbügel ist, können Sie die Tasche ungehindert öffnen, ohne dabei Angst haben zu müssen, dass Ihnen das Fernglas praktisch herausfällt. Die Tasche Die Tasche Die Tasche